Ich mach Blue auf Ja, zwei drin Wo? Oben? Fuck, durch die Tür Fuck! Äh, durch den Dings Von wo? Also wo waren die? Wir sitzen neben Blue Unten? Bist tot? Ja, hätte die Oh fuck Boah Das war übel knapp, Alter Pass auf, die schießen einfach so schnell Naja, hab ich mir ja gerade eben Die machen's richtig Boah, hab ich mir die Hosen geschissen Guck mal, jetzt rennt gleich zu mir rein Einer ist tot Der zweite lebt noch Ist unten drinnen Schießt durch Wände Das sind drei sogar Nö Zweiter tot? What the fuck Was? Hast du zwei gesehen oder drei? Okay Boah Also zwei hab ich jetzt gekillt Ne, ist noch einer drin Ich hab Steps gehört Aber von oben eher Ja Hast du auch nach oben? Doch Der ist noch da Krass Der war echt oben Ich hab mich getroffen Und verwundet Ich blute Ich hab' Ich hab' Fuck Fuck Scheiße Würde mich verbinden? Ich sind sogar Es ist einer oben, einer unten Zwei sind tot Und zwei leben Jaja, ich muss mich verbinden Aber die haben's nicht gecheckt Die kamen nicht raus What the fuck Oh fuck Jetzt geht die Tür auf Oh fuck Jetzt kommen sie hier ran Und ich hab' keine Knarre in der Hand Fuck, 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 fuck Ich hab' meine Knarre abgelegt Das ist ein Scheiß Ich muss mich verbinden Jetzt muss ich deinen M4 nehmen, Lukas Es tut mir leid Nimm die, nimm die Umdrehen What the fuck Vier Leute hocken da bei Blue Was soll ich jetzt machen? Jetzt bin ich abgehauen Jetzt haben sie eine bessere Position Weil sie über die Zäune gucken können Ah, sterben Sterben Sterben? Wird er rein oder weg? Wieder willst Ich zitter'n bisschen Muss erst mal grad klarkommen Rangehen, oder? Ein Ehrenfaller Tod ist der Beste Die kamen beide grad rausgestürmt Ich hatte keine Knarre in der Hand Ey, vor ärgerlich Jetzt komm' ich wieder von der Rollbahn Sie aber kein Sie aber kein Blue ist zu Doch, bei Blue sind sie nur drin Also einer zumindest Krass Wo ist dich denn da jetzt am besten? An Rein und dann Ja Geh einfach mal von der anderen Seite Mach da die Ah, die Türen sind auch von der anderen Seite noch auf Nice Oh fuck, jetzt hat er mich gesehen Er schießt wieder durch die Schießt durch die Wände Alter 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 Es sind noch zwei Leute auf jeden Fall Und einer sind so ein Holzschuppen glaube ich Kann man da durchschießen? Ja Ja, ich hab ihn getroffen Ja, hier ist ein Kanschus Krass Voll krank Ah, ist dann einer noch? Ja Oh, ich krieg deine Protektor-Cases nicht geöffnet Von wo geht? Ist egal Schnell gegen hier Oh, mach doch mal Eine müsste noch am Leben sein Aber ich weiß nicht wo das ist Ob der jetzt noch oben hockt oder nicht Ich glaub der ist noch unconscious bisher, der eine Ich hör den irgendwie krabbeln Ich hör den irgendwie krabbeln Ist der vielleicht echt in diesem Holz-Ding? Ich weiß ja nicht wo du stehst, aber... Fuck! 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 Ich bin tot Scheiße! Drei gekillt Ich glaub der war in diesem Holz-Ding tatsächlich Oh nein Oh nein What the fuck Das war... Atemberaubend geil, Mann Drei Leute geholt Am Ende trotzdem gefickt worden Boah Ich hab gezittert nach den ersten beiden Kills, ey Wooh! Nice Das würde mich nice 5 Minuten 6 5 6 6 7